Herzlich Willkommen zu meinem Kanal Sinnplauderei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In meinem Kanal gibt es in allen möglichen Social-Media-Bereichen Filme und Podcasts. Also wenn ihr Lust habt, schaut auch gerne mal in den anderen Medien vorbei. Ich habe einen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Wir haben Podcast, YouTube, Instagram und Facebook. Und jetzt soll es auch schon losgehen. Ich lade mir in meinem Podcast-Studio gerne besondere Gäste ein. Gäste, die Themen bearbeiten, die Mehrwert bieten für Unternehmerinnen und Unternehmer und gleichzeitig besondere Sachen behandeln. Und heute mein Gast ist Dr. Heike Hundertmark. Heike und ich kennen uns vom Verband Deutscher Unternehmerinnen hier in Baden im Raum Freiburg. Und wir kennen uns also auch persönlich. Und heute geht es um ihr spezielles Thema Nachhaltigkeit. Liebe Heike, würdest du dich bitte einmal vorstellen? Wo kommst du her und wie kamst du zum Thema Nachhaltigkeit? Ja, liebe Nina, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, höre auch sehr gerne deinen Podcast an, bin also sozusagen auch oft auf der anderen Seite. Ich komme ursprünglich nicht aus Baden, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, bin aber während meiner Karriere überwiegend in der Automobilindustrie auch sehr viel international umgezogen und rumgekommen. Zuletzt habe ich lange Zeit in Barcelona gelebt, war dort in der Automobilindustrie tätig und danach noch einige Jahre auch in Mexiko und in den USA und fühle mich inzwischen aber in Freiburg sehr wohl. Das heißt also, ich bin nach meiner Vertriebs- und auch Geschäftsführungsaktivität in der Automobilindustrie, unter anderem auch in unserem eigenen Familienunternehmen, der Bechem GmbH, zu dem Thema gekommen, wofür ich auch heute bei dir eingeladen bin, nämlich dem Thema der Nachhaltigkeit. Das heißt, aktuell arbeite ich für die Firma Allsafe an der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle im Rahmen der Kreislaufwirtschaft und habe außerdem auch ein eigenes Unternehmen gegründet, die Dr. 100 Mark GmbH, wo ich zusammen mit einer weiteren Gründung aus dem VDU, nämlich der Next Exit Future, zusammen Co-Creation Workshops anbiete, um anderen Mittelständlern den Weg in die Nachhaltigkeit zu erleichtern. Sehr schön, vielen Dank. Da bist du schon viel rumgekommen, ich nicht und das ist echt toll. Du bist mein erster Podcast-Gast, der ein Thema mitbringt, bei dem ich wenig Vorkenntnisse habe. Also ich habe dieses Thema bei uns in der Firma nicht betreut, im Gegensatz zu vielen anderen Themen und das ist umso spannender, dass du uns hier abholen kannst. Ich kann mich gut in die Zuhörerinnen und Zuhörer hineinversetzen, die null Vorkenntnisse haben und werde dich entsprechend immer so ein bisschen auf diese Meta-Ebene heben und vielleicht immer wieder mal Begriffe erklären lassen, die für dich ganz selbstverständlich sind, aber vielleicht nicht für alle, die zuhören. Das heißt, man braucht keine Vorkenntnisse, aber natürlich schaden sie auch nichts. Ich habe mir extra von unserem Podcast einen grünen Pulli angezogen. Also Nachhaltigkeit hat ja auch viel mit Natur zu tun. Ich bin auch viel in der Natur unterwegs und wer das jetzt alles nur hört, der sollte vielleicht auch mal in die YouTube-Videos reinschauen, weil dann seht ihr uns auch und das lohnt sich. Liebe Heike, willst du uns mal ein bisschen berichten, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe? Ich habe keine Vorkenntnisse im Thema Nachhaltigkeit. Ich bin eigentlich schon recht geplagt mit allen anderen Vorschriften, die mich in den letzten Jahrzehnten und immer häufiger gefühlt exponentiell belasten. Und jetzt kommt das Thema Nachhaltigkeit zum einen als gesetzliche Verpflichtung und zum anderen auch als moralisches Thema, ein wichtiges Thema, was uns alle beschäftigt. Würdest du uns vielleicht in diesen beiden Schienen ein bisschen erläutern? Was kommt gesetzlich und warum macht es vielleicht Sinn, das Gesetzliche jetzt erst mal zur Seite zu schieben und mal ganz pragmatisch zu überlegen? Was kann man denn tun, um die Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen zu verbessern? Ja, das ist im Grunde genau die richtige Fragestellung, Nina, denn ich stelle fest, dass viele Unternehmer, Unternehmerinnen, mit denen ich spreche, im Grunde erschlagen sind von der Bürokratie, von den Anforderungen, auch teils sehr unterschiedlichen und sich ständig ändernden Anforderungen aus der EU und auch auf deutscher Seite, dass sie oft vergessen, worum es eigentlich geht im Kern. Es geht im Grunde um das Haushalten unserer Ressourcen. Es geht darum, verantwortungsbewusst sowohl mit unseren Ressourcen als auch mit den ausgelieferten Produkten und Dienstleistungen umzugehen und das Ganze in einen Kontext zu setzen, wo wir davon ausgehen, dass der Klimawandel real ist und die übrigen planetaren Grenzen auch größtenteils schon überschritten sind. Das bedeutet also, pragmatisch für einen Unternehmer macht es immer Sinn, anzusetzen, sich sein eigenes Geschäftsmodell anzuschauen, im besten Fall mit unterschiedlichen Stakeholdern aus dem Unternehmen, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sind eigentlich meine Haupttreiber. Und das kann erfolgen sowohl intern, mit dem internen Know-how, was im Unternehmen besteht, oder man kann sich hierzu natürlich auch eine externe Beratung oder Experten hinzuholen, die einen dann, ich sag mal, zumindest mit gewissen Abkürzungen auf den Weg führen können, um zu sehen, okay, wo steht man denn aktuell. Wenn ich die Sachen, die ich jetzt mache, gleich mal in Richtung Einhaltung zukünftiger Gesetze organisieren möchte, was wären denn dann die ersten Schritte? Was sind denn die Kriterien, um die es im Wesentlichen geht? Genau, das macht absolut Sinn, dass man tatsächlich aktuell in den fortschreitenden Herausforderungen im Grunde und auch Anforderungen, man kann sich zum Beispiel eine Excel-Liste eröffnen und schauen, wie sieht es aus bezüglich den geforderten Merkmalen im Rahmen der doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Das ist ein Werkzeug, was die EU im Grunde zur Verfügung stellt, kreiert hat, um die Anforderungen ihrer Corporate Sustainability Reporting Directive umzusetzen. Und diese, in Abkürzung gesprochen, CSRD, ist im Grunde die Antwort der EU für die Unternehmen, um die Kriterien des Green Deals, nämlich im Grunde die Erreichung der Klimaziele, tatsächlich umzusetzen. Das bedeutet konkret, denn das ist schon wirklich sehr... Butter bei den Fischen, ja. Ja, sehr verschachtelt ausgedrückt, bedeutet im Grunde CO2-Emissionen. Wenn ich in einem herstellenden Unternehmen arbeite, ist nach unserer Erfahrung häufig, sind die Rohstoffe ein großer Treiber, das heißt also dort, wo ich mein Material einkaufe, wo wird es abgebaut, wo wird es weiterverarbeitet, wenn wir beispielsweise in Deutschland von der Stahlindustrie ausgehen, Aluminium, sehr energieintensive Grundstoffe. Dann geht es weiter in mein eigenes Manufacturing, in meine eigene Produktion, wo ich sage, welche Maschinen habe ich dort im Einsatz, wie ist die Taktung, tatsächlich auch, wie ist meine Fehlerquote, wo verschwende ich also gegebenenfalls auch Material, was natürlich in meine CO2-Betrachtung auch mit hineinfließt. Und letztendlich auch die Upstream-Lieferkette, wo ich sage, wo gelangt mein Produkt hin und welche beispielsweise CO2-Emissionen hat es im Verlauf des Lebens noch. Und so arbeitet man sich im Grunde entlang seiner unternehmerischen Wertschöpfungskette einmal durchs Unternehmen. Das heißt, das wäre jetzt, wenn man die Produktion betrachtet. Natürlich fällt dann auch noch das Büro an. Wenn man ein dienstleistendes Unternehmen ist, wie jetzt beispielsweise die Südvers, dort ist vor allem die Reisetätigkeit ein großer Treiber. Das heißt, wie reisen meine Mitarbeiter, reisen sie per Auto, per Flugzeug, per Zug. Und all das trägt letztendlich dann dazu bei, wie auch meine CO2-Bilanz sich zusammensetzt. Und die CO2-Bilanz, wieder ein neues Merkmal, die ist im Grunde auch Teil dieses CSRD-Reportings. Was ist noch Teil außer CO2? Was für Bereiche werden noch betrachtet? Also im Grunde ist das Teil der Wesentlichkeitsanalyse, dass man sagt, welche Klimarisiken stellt ein Unternehmen dar für seine Umwelt? Das ist die eine Wesentlichkeit. Und die andere ist, welche Risiken stellt die Umwelt für das Unternehmen dar? Das heißt also, externe Faktoren könnten beispielsweise die Erhebung von einer CO2-Steuer sein, die wir betrachten müssen als Unternehmer, die wir einkalkulieren müssen. Kann aber auch die Verknappung von Ressourcen sein oder der instabile Energiepreis. Auch das ist natürlich ein Risiko. Und seitens der unternehmerischen Aktivität geht es auch um Süßwasserverschmutzung beziehungsweise Umweltbelastungen. Es geht um die fremden Entities, also das heißt Polymere, Plastikartikel, Kunststoffe, die wir in die Umwelt geben. Es geht um Treibhausgasemissionen, es geht um Ressourcenverbräuche und auch hier wieder immer die Perspektive in die Kreislaufwirtschaft einzutreten. Ich glaube, in Summe kann man die Ambitionen der EU gut zusammenfassen, indem man sagt, die EU hat im Rahmen ihres Green Deals und auch der EU-Taxonomie versucht, Unternehmen zu motivieren, an dem Klimawandel aktiv teilzunehmen, also beziehungsweise den Klimawandel aktiv auszubremsen, zu stoppen, vielleicht auch aktuelle Themen umzukehren, wie beispielsweise ja auch beim Ozonloch mal der Fall war, dass dort wirklich durch eine weltweite Anstrengung diese planetare Grenze wieder in ihre Grenze gerückt werden konnte. Also würdest du sagen, dass die doppelte Wesentlichkeitsanalyse etwas ist, was gut gelungen ist von der EU, weil die Motivationsfähigkeit der EU-Richtlinien ja so ein bisschen immer zu wünschen üblich lassen, also so für den unternehmerischen Alltag? Also man merkt tatsächlich, dass sie sich viele Gedanken gemacht haben. Die Frage aus unternehmerischer Sicht ist ja immer, wie verständlich ist die Umsetzbarkeit zum einen, wie möglich auch, trotz all dieser bürokratischen Hürden. Aber ich glaube, der Kritikpunkt aus meiner Sicht unternehmerisch wäre hierbei wirklich zu sagen, wenn wir etwas messen, ist das schön und wenn wir im nächsten Jahr auch besser werden und weniger CO2 ausstoßen, ist es auch schön. Aber im Grunde geht es ja darum, wo müssen wir denn hin? Wo ist denn der Kontext? Wie viel können wir denn überhaupt noch ausgeben und aus der Erde ziehen, bevor es zu viel ist? Und ich glaube, das ist immer noch aktuell nicht ganz klar. Ich glaube, diese Intention der EU, auch natürlich als Vorreiter und Innovationstreiber, ich glaube, der ist vielen Unternehmen nicht klar geworden. Und das ist tatsächlich meine Mission, weshalb ich so begeistert bin von dem Thema, weil ich es tatsächlich als Chance sehe für die Unternehmen, insbesondere unseren deutschen Mittelstand, der ja doch auch dafür bekannt ist, sehr innovativ zu sein, sehr nachhaltig im Sinne von generationenübergreifend zu sein. Welchen beispielsweise ist in der sechsten Generation jetzt? Wir feiern dieses Jahr 190-jähriges Jubiläum, Deutschlands erste Fettfabrik. Und auch wir diskutieren im Gesellschafterkreis sehr kontrovers über das Thema Nachhaltigkeit. Denn es geht nicht nur darum, konform zu sein, also sprich compliant zu sein mit den Anforderungen der EU und zu sagen, jawohl, unser Wirtschaftsprüfer hat unseren Nachhaltigkeitsbericht abgesegnet, unsere Non-Financials, die ja von der EU ab 2025 gefordert werden von Unternehmen einer gewissen Größe, sind okay. Sondern es geht einen Schritt weiter. Es geht ja darum, mein Geschäftsmodell im besten Falle umzustellen, meine Rohstoffe zu ersetzen. Im Fall von Bechem ganz konkret geht es darum, dass wir dort schon einige Mineralöl-basierte Stoffe auf synthetische Stoffe umstellen. Das ist super. Also herzlichen Glückwunsch zum 190-jährigen Jubiläum. Die Südvers hatte jetzt 75-jähriges Jubiläum und das ist auch schon wirklich toll. Was mir so als, sag ich mal, auch Mensch immer so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, ist diese Frage. Man denkt immer an das CO2. Aber es gibt ja auch so viele andere Themen. Also wir haben das Problem mit den Rodungen vom Amazonaswald. Wir haben das Thema der Überfischung der Meere. Wir haben diese wahnsinnigen Plagen im Meer durch die Geräusche von der ganzen Schifffahrt, von der Frequenz der Schifffahrt, dass wir denen die Nahrung wegfischen und so weiter. Also wir haben ja auch das Thema Bienen und ja so ganz viele Themen, ja saurer Regen mit dem Wald. Inwiefern spielt das auch eine Rolle? Oder hat man jetzt einfach gesagt, wir reiten jetzt dieses CO2-Thema, weil das ist unsere Lösung? Aber ich glaube, wir müssen vielleicht auch überlegen, welche Bereiche sind auch wichtig? Wie können sich Unternehmen dort einbringen, wie können sich Vereine dort einbringen oder Menschen, die sich engagieren wollen? Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen diese Meta-Ebene und dieses Gesamtverständnis. Was brauchen wir dafür? Also wenn ich mir so überlege, nachhaltig bedeutet für mich, dass man nicht mehr rausnimmt, als man reingibt. Das heißt, dass man quasi immer aus dem Familienunternehmen, wir kennen das alle, wir wollen diese Unternehmen über Generationen erhalten. Was braucht es, was darf man rausnehmen, wie muss man das Ganze gestalten, damit es funktioniert? Und das Ganze ist auch ein Thema für die Natur, für die Tiere und so weiter. Und wie ist da der Ansatz? Ist das irgendwo eingebaut oder spielt das eigentlich da gar keine Rolle? Doch, absolut. Also ich würde dir zustimmen, der Fokus gerade in der Gesellschaft ist gefühlt sehr stark auf den Treibhausgasen, beziehungsweise auch nur auf dem CO2, was im Grunde ja einer der Klimawandeltreiber ist. Insofern schon auch richtig, dort einen Fokus zu setzen. Aber die anderen planetaren Grenzen, die du im Grunde auch angesprochen hast, das ist ja genau die Biodiversität. Das ist das Thema Süßwasser, das ist das Thema Ozonschicht, das ist das Thema Veränderung der Landnutzung, Überladung mit neuartigen Substanzen, wenn wir an den Plastikmüll im Meer beispielsweise denken. Und ich glaube, das Wichtige dabei zu verstehen ist, welche Wechselwirkungen diese unterschiedlichen Bereiche ineinander haben. Das heißt also, wenn wir unsere Landnutzung stark verändern, hat das natürlich Auswirkungen auf unsere biogeochemischen Kreisläufe. Und daraus erwächst natürlich im Grunde alle Pflanzenwelt. Wir Menschen und auch die Tiere ernähren sich wiederum davon. Du hattest die Bienen angesprochen, was das Thema Biodiversität angeht. Und das ist im Grunde auch die Kernaussage der planetaren Belastungsgrenzen. Denn es geht hier ja nicht um unseren Planeten. Die Erde wird weiter bestehen, auch wenn es ein paar Grad wärmer wird. Es geht hier im Grunde um sichere Handlungs- und Lebensräume für uns Menschen. Und das ist im Grunde die Quintessenz, dass wir sagen, was schaffen wir durch Veränderung, durch Umstellung, durch Innovation und auch im Grunde schon auch durch ein Umdenken, durch einen gewissen Paradigmenwechsel, um unsere Lebensräume zu erhalten. Und zwar heute und morgen und auch hier und auch im Süden der Welt. Und ich glaube, weil ich mich auch schon einige Jahre inzwischen mit diesem Thema befasse, viele Menschen schrecken vor der Komplexität zurück. Und ich kann das nachvollziehen. Denn wir leben ja sowieso schon in einer VUCA-Welt. Also sprich, diese hochvariable, sich ständig verändernde, unsichere Welt durch digitale Themen, durch Informationsflüsse, durch ständige Erreichbarkeit. Jetzt kommt noch dieses Thema der Nachhaltigkeit dazu, des Klimawandels, der Klimaveränderung, der Klimaanpassung. Und dass da viele Menschen einfach aussteigen und einfache Antworten suchen, beispielsweise ja auch die Klimawandelgegner, die sagen, jetzt hast du heute geschneit, den Klimawandel gibt es gar nicht. Das ist menschlich nachvollziehbar, weil die Menschen auch, glaube ich, vor dieser Unsicherheit Angst haben. Und deshalb bin ich der Meinung, und das war tatsächlich auch Teil meiner Motivation, dieses Thema zu besetzen, je mehr wir mit den Menschen und genau auch gerade mit den Unternehmern, Unternehmerinnen in den Dialog gehen, in den Austausch gehen, Impulse geben, desto größer ist letztendlich auch der Hebel, den wir gemeinsam erreichen können und den es braucht, um die Nachhaltigkeit im Grunde weltweit umzusetzen. Also, denn mit EU allein ist es ja auch nicht getan. Das ist auch klar. Wir gehen da in der Vorreiterrolle. Auch das hört man ja oft. Was sollen wir unsere CO2 einsparen, wenn die Chinesen weiterhin ihre Kohlekraftwerke bauen? Aber das wäre zu einfach als Antwort. Und davon abgesehen, auch die Chinesen betreiben ihre Nachhaltigkeitsthemen. Also, die sind da sehr wohl auch dran. Das wird oft und gerne auch vergessen, glaube ich. Ja. Nee, nee, das ist total wichtig und interessant. Ich habe gerade mal kurz, mein Handy hatte ich zwar Flugmodus, aber irgendwie kommt dann ein WhatsApp-Anruf immer noch durch. Jetzt hat mein Sohn angerufen. Nee, habe ich jetzt mal unter die Decke gestopft, damit ich das Brummen nicht höre. Genau. Nee, also meiner Meinung nach hat das Thema, hängt es ja, also ich beschäftige mich mit diesen Themen ja insgesamt sehr stark. Ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, mit welcher Haltung wir Menschen uns auf diesem Planeten bewegen. Also wir haben so diesen Anspruch, dass wir halt hier die Herren der Erde sind und dass alle uns untertan sein sollen und es alles für uns funktioniert. Deswegen glaube ich, es geht gar nicht mal unbedingt darum, ob wir unseren Lebensraum als Menschen erhalten, sondern auch, wie wir es schaffen, in eine Einheit zu kommen mit den Tieren, mit der Natur auf diesem Planeten, weil das ja auch allen zugutekommen würde und wir uns sonst immer mehr auch weg entfernen von Natur und von unserer Natur auch, also von unserer menschlichen Natur und immer mehr in diese Büros kommen. Und es hat dann natürlich auch viel mit Machtstreben zu tun. Also wenn man so die ganz großen Player anguckt, die halt auch Energie verbrauchen oder denen die Umwelt überhaupt nichts bedeutet, weil es halt am Schluss nur ums Geldverdienen geht, dann sage ich mir halt, wir müssen es schaffen, dass andere Menschen auch an die Machthebel kommen, damit einfach diese Dinge viel ausgeglichener und viel nachhaltiger auch für uns alle erfordern. Und es ist zwar nicht so, dass jetzt Frauen da per se besser unterwegs sind oder nicht, aber ich erlebe viele Frauen, denen das Impact-Thema sehr wichtig ist bei den Start-ups, denen einfach diese Nachhaltigkeitsthemen in den Unternehmen auch sehr wichtig sind, die einfach auch Spaß dran haben und auch die, die auch den Sinn darin sehen, dass wir eben nicht nur für unsere Generation denken, sondern eben auch für unsere Kinder und Kindeskinder und so weiter, aber eben auch diesen Bezug zur Natur haben. Und ich würde mir wünschen, dass immer mehr Menschen auch Spaß dran haben, sich mit den Themen auch in der Natur zusammen auseinanderzusetzen. Und ob das jetzt über den unternehmerischen Alltag erfolgt, wir haben dort auch das Thema Flächenverbrauch, wir haben das Thema Transport und so weiter, aber wir haben natürlich auch Themen, die wir mehr in Vereinen oder im privaten Kontext bedienen können. Das fängt schon damit an, dass alle halt ihren Müll überall hinschmeißen oder viele. Also ich sammle ja immer den Müll beim Gassi-Gehen ein, aber das ist so, ja, es sind so kleine Dinge. Aber ich glaube, wenn viele Menschen kleine Dinge machen würden, dann wäre das auch gut. Und was ich so spüre, ist dieses, dieser erhobene Zeigefinger. Also dass manche Menschen halt denken, sie nehmen sich dieses Thema jetzt heraus. Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt höre ich dich wieder. Ah, hast du mich nicht gehört. Warte mal, ich rede mal kurz noch fertig, weil das ist meine Aufnahme, hat gestartet genau. Was mir auffällt, ist, dass manche Menschen halt so mit dem erhobenen Zeigefinger rumgehen, von wegen, was, du fährst noch Auto, warum fährst du nicht nur E-Bike und so. Und ja, weißt du, weil manche Leute wohnen halt nur in der Stadt. Da gibt es ja auch öffentliche Verkehrsmittel und Infrastruktur. Aber es gibt halt viele Menschen, die eben ihr Auto brauchen. Und es geht, glaube ich, nicht darum, dass man jetzt komplett den Flugverkehr oder das Auto verbietet, sondern dass man sich überlegt, wie nutze ich diese Dinge, wie gestalte ich die Dinge, wie kriege ich es innovativ so umgesetzt, dass es weniger Schaden anrichtet. Und wie schaffe ich es als individueller Mensch vielleicht eine nachhaltige Balance zu schaffen, in meinem persönlichen Umfeld. Und da bin ich immer so eine Verfechterin, dass jeder in sich selbst rein spürt und nicht andere immer anderen Vorschriften machen, weil das zeugt ja davon, dass die Menschen, die die Vorschriften machen, eigentlich in sich selbst gar nicht in Balance sind. Aber Heike, du hast einen Teil von mir nicht gehört, den kannst du dir ja dann im Podcast anhören, aber jetzt sag mal, was du sagen möchtest. Also da bin ich bei dir, also ich bin auch der Meinung, es führen viele Wege zur Nachhaltigkeit und es gibt auch in dem Sinne kein Richtig oder Falsch, denn auch hier können wir unterscheiden zwischen privaten Verhalten, was uns alle betrifft, und dann sind wir wieder im unternehmerischen Rahmen und dort haben wir natürlich oft die größeren Hebel. Und insofern, glaube ich, gilt es dort schon zu differenzieren. Ich bin deiner Meinung, es geht gar nicht immer nur darum, dieses Thema Verzicht zu betonen, sondern es geht eigentlich darum, vielmehr für uns als Menschen uns klar zu werden, was erfüllt uns eigentlich wirklich, was macht uns glücklich, was liegt uns am Herzen und was und womit kompensieren wir vielleicht auch nur. Das heißt, das Thema Konsum, das Thema Status, das Thema Ego polieren, ich glaube, da sind viele Themen, wo, wenn wir wirklich ehrlich zu uns wären, müssten wir zugeben, eigentlich macht es mich nicht wirklich glücklich. Und das ist schon auch Aufgabe eines jeden selbst, führt uns aber trotzdem auch in gesellschaftliche Themen. In welcher Gesellschaft leben wir? Wie schauen wir nacheinander? Wie sorgen wir füreinander und auch mit Hinblick auf nachfolgende Generationen? Und da, glaube ich, sind wir schon einen sehr hohen Wohlstand gewohnt und haben auch den Anspruch darauf. Die Frage ist aber tatsächlich, muss es wirklich immer mehr sein? Und das kann sich durchaus auch auf den unternehmerischen Kontext beziehen. Brauchen wir wirklich immer weiteren Wachstum im Sinne von Umsatzsteigerung oder geht es darum, einen gewissen Profit konstant zu halten, mit dem Fokus, weniger Ressourcen zu verbrauchen? Und ich glaube, das ist tatsächlich, ich habe ja auch internationale BWL studiert, in gewisser Weise einen Paradigmenwechsel in unserer betriebswirtschaftlichen Denkweise und der Theorie, die dort oft auch zugrunde liegt, zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir tatsächlich versuchten, uns eher auf dieses Thema der Wissensgesellschaft zu konzentrieren, als weiterhin in dieser, ich sage jetzt mal, Industriegesellschaft verhaftet zu sein. Und klar ist, weiterhin wird es Produkte geben, weiterhin wird die Wirtschaft bestehen bleiben. Aber ich denke auch hier an so Themen wie Sharing-Modelle, an Themen wie, welchen Nutzen haben wir denn wirklich von einer Sache? Ja, ich finde es super spannend. Also gerade in Freiburg, wir haben ja hier die Freiburger Schule Walter Eucken, also das Thema soziale Marktwirtschaft ist, glaube ich, könnte man noch weiter ausbauen vom Grundgedanken her in eine soziale, nachhaltige Wirtschaft. Und auf der einen Seite sind diese Verantwortungs-GmbHs und diese Gemeinwohlökonomie und so weiter, diese Modelle, glaube ich, passen vielleicht nicht optimal zur deutschen Wirtschaft. Aber wir könnten einfach aus den Unternehmen heraus, aus den Familienunternehmen, aus der Haltung und den Werten, und das kommt immer mehr heraus, einfach Geschäftsmodelle hinterfragen. Wir könnten eben, genau du hast es gesagt, die Produktionskette hinterfragen. Wir können die Lieferketten hinterfragen. Und dass es eben nicht alles immer nur ums Geld geht und um die maximale Gewinnorientierung, sondern am Schluss um etwas, was so eine Balance in der Gesellschaft herstellt. Also auch das Thema regional einkaufen, regionale Produkte, regionalen Handel zu unterstützen. Es gibt ja so, so viele Bausteine, wir kennen die alle, sie überfordern uns oft. Aber das Gefühl, dass man aktiv etwas tun kann und nicht immer mit einem schlechten Gewissen rumrennt, weil man halt nie alles tut, weil jeder Mensch ist individuell. Ich habe mal so eine Statistik gelesen, dass jeder denkt, dass die Dinge, die einem selber nicht so wichtig sind, dass die, die sind, die am meisten das Klima kaputt machen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt nicht so gerne unbedingt immer Fleisch essen muss, ich bin jetzt auch keine Veganerin oder Vegetarierin, aber ich kaufe halt, wenn dann, Bio-Fleisch und Wild oder ich esse halt kein Fleisch, weil ich vermisse es auch nicht, dann würde ich jetzt sagen, naja, natürlich ist der Fleischverbrauch der massive Umweltbetreiber, ist wohl auch nicht ganz unwahr. Aber wenn ich jetzt totale Modepuppe bin und super Bock habe auf ganz viele neue Outfits, dann würde ich halt diesen Aspekt, dass natürlich Mode, ich glaube, der größte Treiber ist für Umweltthemen, würde ich dann eher ignorieren. Und wenn jetzt jemandem das Auto wahnsinnig wichtig ist, dann sagt dann wieder die anderen Aspekte. Und ich glaube, wenn jeder viele Aspekte einhält und die, die ihm besonders wichtig sind, halt nicht einhält, dann wäre auch schon vielen geholfen und wichtig ist dann auch mit einem guten Gewissen dieses Leben zu leben. Oder wie würdest du das sehen, lieber Heike? Also was ich eben spannend finde an dieser Betrachtung des Umdenkens und des Verhaltensänderns, es sind ja im Grunde verschiedene Säulen, die da zusammenkommen. Zum einen haben wir das Thema des Verhaltens, des Veränderungsprozesses, der den Menschen Angst macht. Weil Menschen im Grunde sich wohlfühlen, wie es ist, wie es war, es war schon immer so, da wollen sie bleiben. Das heißt, hier ist also, du hast es angesprochen, die Haltung ein ganz wesentlicher Faktor. Und ich behaupte auch, in Unternehmen das Thema der Führung, das Thema, wie auch immer man es nennen will, Führung, Leadership, Vorbildfunktion, das ist tatsächlich meiner Meinung nach wichtiger denn je, um den Menschen Orientierung zu geben, Halt zu geben und auch eine Richtung zu weisen und den Menschen auch zu zeigen, macht euch keine Sorgen, wir machen uns gemeinsam auf diesen Weg der Veränderung und wir werden euch mitnehmen. Das heißt, vielleicht wirst du da nicht noch weitere 10, 20 Jahre an der Maschine stehen, vielleicht wirst du demnächst eine andere Tätigkeit wahrnehmen. Aber es geht ja darum, ihn aufzuweisen. Es gibt einen Weg, wir haben ihn erkannt und wir starten ihn jetzt gemeinsam. Dann ist das nächste Thema, wir sind heutzutage ja zum Glück viel mehr in der Lage, unsere Ressourcen effizienter und sinnvoller einzusetzen, dank der Technik, dank der Digitalisierung, weil wir sagen können, wir haben so gute prozessbegleitende Messungen, Optimierungen, Automatisierungen, KI im Grunde, dass wir immer weniger Input fürs gleiche Resultat brauchen. Und als nächster Punkt ist eben noch mal zu erwähnen, dieses Thema, sich an neue Geschäftsmodelle heranzuwagen. Und damit meine ich beispielsweise, wenn wir uns auch die Automobilindustrie anschauen, aus der ich, wie gesagt, in der ich lange Jahre gearbeitet habe, die sind ja auch im Massiven, unter massiven Druck. Weil die merken, zum einen haben sie Konkurrenz aus Asien, insbesondere aus China, was das Thema E-Mobility angeht. Und zum anderen müssen sie versuchen, neue Verhaltensmuster aufzudecken, was das Thema Mobilität in Städten, Carsharing, Mobilitätslösungen angeht. Das heißt, sie machen sich auf den Weg, wie auch mittelständische Unternehmen, und testen Geschäftsmodelle. Und das ist natürlich eine Transformation. Das ist also nichts, das man heute beschließt, morgen machen wir es, sondern das ist ein langer Prozess, der über fünf, zehn, fünfzehn Jahre geht. Und daher auch mein Appell, liebe Zuhörer, macht euch auf den Weg und tastet euch hervor, ohne den Anspruch zu haben, dass es gleich klappt. Und auch euch bewusst zu sein, dass man auch scheitern kann und dass das aber im Grunde Teil des Lernprozesses ist und womit wir wieder beim Thema Fehlerkultur auch sind. Ja, das Thema Change Management ist ja eine meiner Spezialgebiete. Das habe ich in meinem Zweitstudium Organisationsentwicklung auch ziemlich vertieft. Und das, was uns am meisten entgegensteht, sind Angst und Emotionen. Und natürlich auch Machtverlust ist eine große Angst, wenn man in dem jetzigen Setting halt viel Einfluss hatte und man fängt nochmal bei Null an, dann ist es wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man neugierig bleibt als Mensch, dass man auch Bock drauf hat, mal Dinge auszuprobieren und zu machen. Ich bin ja ein großer Fan davon, dass man sich auch in Startups, ja, dass man sich Startups anguckt, entweder auch investiert als Unternehmen. Wir haben eine eigene Investment GmbH in der Südwest, die gezielt investiert in Startups, die für unsere Branche gut passen. Ich selber investiere auch als Business Angel. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Unternehmen, die könnten da viel mehr machen, einfach dort auch in innovative Produkte investieren. Das sind so eine eigene Bubble, die dann quasi auch nicht ins Hauptunternehmen immer so reinwirkt von den Bilanzen her, aber dort auch Dinge ausprobieren oder mit Startups halt in Kooperationen zusammenzuarbeiten, um Themen auszuprobieren oder voranzutreiben, die die eigenen Geschäftsmodelle ändern können, perfektionieren können, aber natürlich auch nachhaltiger gestalten können. Ich glaube, dass das auch ein großer Aspekt ist. Ja, und diese Angst, diese Schritte zu gehen, das ist ganz verständlich. Ich glaube, immer wenn ein Generationenwechsel ist, das ist ja bei Familienunternehmen immer mal dann auch der Fall. Die junge Generation hat total Lust auf dieses Thema. Ich glaube, da kommt ganz viel. Die wollen da auch so ihre Schwerpunkte setzen. Und ich glaube, dass da auch viel, viel auf uns zukommt. Liebe Heike, willst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein paar Hard Facts präsentieren? Also was kommt auf sie zu? Was müssen sie bis wann haben? Und ja, also wo würde die Reise am besten heute starten? Ja, gerne. Also im Grunde ist es tatsächlich ein recht heißes Thema, ein recht brandheißes Thema, das Thema des CSRD Reportings. Und zwar ist diese Richtlinie ja schon gestartet worden von der EU, allerdings bislang nur für den großen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Jetzt wird es aber so sein, dass im Jahr 2026 auch mittelständische Unternehmen reporten müssen. In Deutschland werden das an die 15.000 Unternehmen sein, die da unter die Pflicht fallen. Und die müssen dann für das Jahr 2025 nach diesen Richtlinien Bericht erstatten. Also 250 Mitarbeitende war das, oder? Genau, 250 Mitarbeiter. Und das bedeutet also, dass sie neben ihrem Financial Reporting auch dieses Non-Financial am ESG-Modell orientierte Reporting betreiben müssen. Das heißt konkret, ich würde Unternehmen empfehlen, hier in diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse einzusteigen, um sich einfach mal ein Bild zu verschaffen, was ist eigentlich wesentlich für mein Unternehmen, sowohl Inside-Out als auch Outside-In, also sprich, sowohl welche Risiken drohen meinem Unternehmen, als auch welche Risiken kreiere ich durch mein Unternehmen. Und dort können den Unternehmern im Grunde Wirtschaftsprüfer zur Seite stehen. Es gibt auch spezielle Beratungen, einfach um mal in diesem Thema einzusteigen. Oder man greift tatsächlich die Möglichkeit so eines Co-Creation-Workshops auf, was ich sehr hilfreich finde, weil man dadurch die Zügel nicht aus der Hand gibt als Unternehmer. Ich bin immer großer Fan davon, die Unternehmer zum einen natürlich in die Pflicht zu nehmen, sich mit diesem Thema auch wirklich als ureigenes strategisches Thema zu befassen. Zum anderen aber auch, um sie erneut zu befähigen, diese Kompetenz nicht abzutreten. Denn im Grunde geht es bei der Nachhaltigkeit ja darum, wie gestalte ich die Zukunft meines Unternehmens. Und das heißt also, diese Co-Creation-Workshops würde bedeuten, man lädt sich die wichtigen Stakeholder aus seinem Unternehmen ein, gegebenenfalls auch Gesellschafter, Beiräte, Banken, falls notwendig. Auch der Kapitalmarkt ist davon ja maßgeblich betroffen und wird darüber hinaus auch seine Konditionen für die Unternehmen ausgeben, je nach Nachhaltigkeitsrating. Was dann wieder das Thema der EU-Taxonomie ist. Aber das müssen wir vielleicht in einer anderen Folge mal besprechen. Genau, wir versuchen hier die Komplexität gering zu halten. Ja, im Grunde geht es darum, Klarheit sich zu verschaffen, diese Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, was sind meine Treiber, was ist mein CO2-Ausstoß, Scope 1, 2, 3, was sind meine größten Umweltrisiken, was sind meine Treiber, was ist mein Geschäftsmodell und was resultiert daraus und darauf kann man aufbauen. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt und wenn man das angestellt hat oder vielleicht sind ja auch einige Unternehmen schon soweit, dann kann man sagen, okay, was machen wir jetzt draus und das dann aus diesen interdisziplinären Teams im gemeinsamen Denkprozess anzustoßen. Also diese Scope 1, 2, 3 beziehen sich eben auf die Treibhausgasemissionen und da ist im Grunde die Scope 1, sind die Treibhausgase, die das Unternehmen originär verwendet, wie beispielsweise die primären Energiequellen, die ein Unternehmen hat. Die Scope 2 sind dann diejenigen, die im Herstellungsprozess anfallen, das heißt also das sind die, die das Unternehmen im Grunde in seiner Aktivität verbraucht und ausstößt und die Scope 3, das sind eben oftmals die Haupttreiber und auch am schwersten zu messenden Emissionen, das sind eben die entlang der Wertschöpfungskette sowohl im Sourcing als auch dann in der weiteren Lebensdauer des Produktes und die sind natürlich echt schwer abzuschätzen, einzugeben und auch zusammenzuführen. Und da geht es dann im Grunde in der CO2-Bilanz darum, diese Themen da zusammenzubringen und zu sagen, wo habe ich meine Haupttreiber und wo kann ich gegebenenfalls Material reduzieren, Material substituieren, Kreisläufe anschaffen. Dann gibt es das Wort Cradle-to-Cradle-Design, wo ich mir also schon im Design des Produktes überlege, wie kann ich es auch wieder reparieren, wenn es mal kaputt geht. Das war dieses beliebte Beispiel der Waschmaschine. Wenn die Waschmaschine kaputt ist, ist es billiger, sich gleich eine neue zu kaufen. Ja, wir haben, ohne dass ich Geld bekomme, von Miele alles und die reparieren seit ewigen Zeiten immer alles bei uns. Also der Miele-Mann, den kenne ich schon, der immer alles repariert und so. Das kommt vom Reiten bei dir. Das kommt wahrscheinlich vom Reiten. Nee, nee, wir waschen die ganze Wäsche von dem Geschäft hier, weißt du, wir haben ja einen Indoor-Spielplatz noch, da wird ja alles hier gewaschen. Naja, also von daher, wir haben schon auch einiges, was das wuppen muss. Aber nee, nee, das ist sehr interessant. Ich habe ja bei uns die Datenschutz-Grundverordnung im Familienunternehmen umgesetzt und lange Jahre begleitet, habe das erst Anfang diesen Jahres abgegeben. Und was natürlich dort total gezogen hat, also ich habe das seit 2010 dort gemacht und 2018 kam ja die Datenschutz-Grundverordnung, diese Bußgeldandrohung, die haben natürlich mächtig Rückenwind für die Themen gebracht. Wie läuft es denn jetzt hier bei dieser Richtlinie mit der Umsetzung? Gibt es dort Strafandrohungen? Was müssen die Unternehmerinnen und Unternehmer befürchten, was ihnen droht, wenn sie da nichts liefern können? Also im Grunde gibt es noch nichts Konkretes. Es gibt ja auch noch keine konkrete CO2-Besteuerung in dem Sinne, als dass es wirklich international übergreifend wäre. Was auch mal im Gespräch war, in Deutschland gibt es ja noch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und da gab es eine Variante von der EU, das Corporate Sustainability Due Diligence, die Due Diligence Directive, also CSDD genannt. Und dort war sehr wohl dann mal die Androhung von Strafzahlungen angesprochen worden, wenn Unternehmen eben diese sowohl humanitären als auch umwelttechnischen Anforderungen in ihrer Lieferkette nicht garantieren können. Das heißt also, dass ich als Unternehmen verantwortlich dafür gemacht worden wäre, wenn mein Zulieferer aus dem Ausland die Flüsse verseucht, sage ich jetzt mal. Und die ist aber noch nicht ganz durchdekliniert worden. Und im Deutschen LKS ist es so, dass es dort im Grunde eingefordert wird und auch mit dem finanziellen Reporting gleichgestellt wird. Aber es ist jetzt noch keine Strafzahlung angedroht worden. Klar ist aber, und ich glaube, das wird die Unternehmen schon treffen, wenn sie diese Reporting-Anforderungen nicht erfüllen, die ja ursprünglich tatsächlich aus dem Banking kommen. Das ISG ist also eine Vereinfachung, die stattgefunden hat von der EU, um die Banken mit ins Boot zu holen. Weil sie gesagt haben, so lange, sobald wir in der Lage sind, die Geldströme in unseren Wirtschaften, naja, ich will mal sagen, mitlenken zu können, und zwar hin zu einer umweltfreundlichen, klimaschützenderen Investition und damit auch Wachstumsstrategie, dann haben wir einen viel größeren Hebel, als wenn wir das nur über Verbote und Gebote machen. Das heißt also, auf dem Kapitalmarkt werden die Banken schon dazu angehalten, diese Nachhaltigkeitspunkte der Unternehmen zu berücksichtigen in ihrem Portfolio, was dann wiederum zu den Kreditkonditionen führt. Da haben wir beide ja die Veranstaltung, da haben wir beide die Veranstaltung von Markus Müller besucht, weißt du, noch in Freiburg, der ja das Thema aufgebracht hat. Genau. Und ich finde, ich habe da immer so zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite denke ich mal, die Banken nutzen ihre Machten schon auch aus und nicht immer zum Wohlwollen der Familienunternehmen und auch nicht im Sinne eines nachhaltigen Bestandes von Familienunternehmen. Da ist viel Mikropolitik auch unterwegs und da hat man mal Glück und mal nicht Glück. Also wenn die jetzt noch den großen Hebel ISG an die Hand kriegen, wer weiß, ob sie den dann fürsorglich benutzen oder eher so als Machtpower-Instrument. Aber klar, es ist ein machtvolles Mittel und ich glaube, dass das dieser Richtlinie auch zum Erfolg versprechen wird. Ich glaube aber, also vielleicht noch ergänzend, weil du das fragtest, mit der Motivation für die Unternehmen auch, ich sehe tatsächlich für den Mittelstand, für den ja wirklich auch mein Herz schlägt, die Motivation darin, zum einen aus ihrer unternehmerischen Verantwortung heraus dieses Thema aufzunehmen, als auch für die Gesellschaft, als auch für ihre Mitarbeiter, weil man damit ein Unternehmen einfach zukunftsfähig aufstellt. Und das ist für mich eigentlich die Motivation. Also es sind gar nicht diese Regularien und diese Bürokratie und dieses ewige noch ein Dokument ausfüllen. Also das ist ja, im Grunde ist es ja auch verrückt, sondern es geht darum, selber einen Blick drauf zu werfen, wo kann ich mein Geschäftsmodell zukunftsfähiger aufstellen. Und das ist im Grunde das, was für mich dahinter steckt. Ja, das ist perfekt. Ich komme ja aus dem Risikomanagement und das ist ja immer das Hauptziel, was man haben sollte, ist sein Unternehmen mit den Risiken zu beherrschen. Ja. Liebe Heike, ich würde sagen, wir kommen gegen Ende jetzt unseres Podcastes an. Willst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas an die Hand geben und dann würde ich eine kurze Werbung einblenden und dann noch ein Fazit zu unserem Podcast machen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit hatte, dieses Thema mal etwas mit dir zu besprechen und auszuschmücken. Mir liegt im Grunde am Herzen, dass sich mehr Unternehmer mit diesem Thema auseinandersetzen, sich damit anfreunden, sich Klarheit zu verschaffen und es wirklich auch angehen. Und sehr gerne können Sie mich dazu auch kontaktieren, mir eine E-Mail schreiben, auf meine Website kommen. Ich stehe da gerne als Sparring-Partner auch zum Austausch bereit, vertrete dort unterschiedliche Sichtweisen als Unternehmerin, als Gesellschafterin, als Naturliebhaberin, ja genauso wie du auch, Nina. Insofern freue ich mich und herzlichen Dank fürs Zuhören und für deine schönen Fragen. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe und ich noch überhaupt nicht weiß, was will ich machen, will ich überhaupt was machen, die können einfach mal bei dir anfragen und du sagst mal, was könnte man machen, da gibt es ja sicher ganz verschiedene Intentionsmöglichkeiten. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist schon fast der erste Schritt auch, den man macht, einfach mal ins Gespräch zu kommen, einfach mal zu sagen, so, wo starte ich denn? Ja, ich glaube, das ist wichtig und das ist ja auch das Erste, was bei einem Veränderungsprozess wichtig ist, ist auch erste Schritte zu gehen und auch dieses Thema nicht perfekt anzufangen, sondern überhaupt anzufangen und auch auf dem Weg zu lernen, weil anders geht es meistens halt auch nicht. Ja, da war. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wir freuen uns riesig, dass ihr euch dieses Thema angehört habt, was ja auch dafür spricht, dass das Thema immer mehr in die Herzen der Menschen kommt und in die Unternehmen hineinkommt. Und ich glaube, wir haben heute mitgenommen, liebe Heike, dass es Sinn macht, einfach mal das Thema für sich zu beleuchten, sich auch unabhängig zu machen, das Thema nicht aus der Hand zu geben, sich extern begleiten zu lassen, wenn man das möchte, zum Beispiel von dir, aber das Thema erst einmal auch auf dem eigenen Zettel, in der eigenen Excel-Tabelle zu bearbeiten, um sich damit auch auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir wollen alle diese Erde an unsere Kinder und an unsere Kindeskinder und an noch viele, viele Generationen übergeben, die sich hier wohlfühlen, die Spaß daran haben, die Natur vorfinden und die auch nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle vorfinden, weil wir stehen mit großer Leidenschaft für den Mittelstand, für Familienunternehmen, für inhabergeführte Unternehmen und wir wollen, dass ihr Erfolg habt, dass ihr euch es leisten könnt und dass ihr es euch auch leisten wollt, nachhaltig unterwegs zu sein und da wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg dabei und viel Freude und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank! Vielen Dank!